Oh Gott! Meine Augen! Warte mal, ich muss bei der... Ja, ich hab auch... Ich mach das, wohnst du auch? Ja, wir müssen ein bisschen schwarz. Das muss ja nicht mehr. Dann wird das schon durch ein bisschen. Das sieht aber gut aus. Ja, ich kann das nicht... Wecken? Ja! Schwarz! Hier! Ja! Oh Mann, du bist so blass genug! Warte! Ich hab doch wieder nix im Blass. Du bist ja vielleicht da, oder? Nein, aber ich bin ja wirklich der richtige Seemann. Wir wollen das schon machen heute Abend. Wir werden schon schwanken. Wir kriegen die Leute schon ins Lachen da. Das ist ganz einfach. Ich hab das schon wieder drauf hier. Oh nein! Ich hab gesagt, jeder Jüngling hat nun mal einen... zum Küchenpersonal. Das sieht nicht anders aus. Hier, da! Alle hin! Alle hin! Vorne, was war aus? Ja, vorne die ist. Ja, das ist super. Ja, das ist super. Das ist... Ja. Das ist... Das ist... Ja, das ist... Das ist ja... Und... Und... ...kriegt... Was ihr alles geboten kriegt hier... Herrn und... Die haben alle nicht gedacht. Ja, das habe ich auch auch gemacht. Der Fisch kann ich gar nicht essen. Die muss man machen. Aber jetzt will er die Ehe. Fisch ist die Ehe kostet. Komm, setzt euch hin. Ja, und rede nicht so lange, sonst ist es euch abend. Sonst ist es kalt. Außer, es ist gekrabbelt. Das fehlt doch schon wieder. Oh nein, ihr seid gemeint.